Sie werden verhaftet und Ihr Ex-Mann auch. Können Sie uns noch mal diesen Moment innerlich schildern? Sie haben ja praktisch auf die Verhaftung gewartet. Ja, habe ich gewartet. Wir wussten, da kam vorher noch ein Anruf, als ich ihm gesagt habe, als er von der Bullingbahn aus anrief, er soll sofort kommen, ich habe irgendwas gegessen, ich sterbe oder mir ist so hundeelend. Dann sind die beiden gekommen, dann habe ich meinem Bruder schnell noch ein paar Sachen mitgegeben, Unterlagen und auch ein bisschen Westgeld noch, dass er bei meinen Eltern deponieren sollte und die Eltern vorsichtig darauf vorbereiten sollte, dass leider wir zumindest erst mal verhaftet werden. Und er fuhr dann schnell weg und ich hatte ihn noch gebeten, fahre sofort nach Köln zurück, er war mit dem Auto da. Und mit meinem Mann haben wir halt einen Schlagplan ausgearbeitet, was wir machen. Da hat er dann im Ministerium für Staatssicherheit angerufen, wurde später auch geprüft. Und dann haben wir gesagt, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme, dass ich sage, ich wollte abhauen mit dem Kleinen und er wusste nichts davon. Und dann kam irgendwann ein Anruf, ich habe mich auf die Couch gelegt, habe einen Tee getrunken, dann kam ein Anruf und dann sagten sie, Die Tee machen auch falsch verbunden, Entschuldigung. Und da wussten wir aber, aha, das ist der Kontrollanruf, ob wir uns jetzt zu Hause aufhalten. Vorher war mir noch ein Auto aufgefallen, als ich im Dunkeln hinter dem Rollo vorgelugt habe. Und zwar ein Auto mit dem Kennzeichen radioaktives Material, das da nachts plötzlich vor unserem Haus stand. Jetzt, sehr viel später, dann habe ich natürlich erfahren, dass solche Wagen, so getarnte Wagen, ständig unterwegs waren. Da waren aber ganz andere Sachen drin, da waren Abhöranlagen drin und so weiter. Auch diese Wagen, mit denen wir, die politischen Häftlinge, transportiert wurden, die waren außen gekennzeichnet als Fischwagen oder Obstwagen. Und innen waren kleine Zellen, wo man kaum drinnen sitzen konnte, so Metallzellen. Und nach diesem Anruf, etwa eine Stunde später, dann klingelt, quietschten die Reifen von zwei Autos. Wir haben das auch wieder hinter dem Spalt beobachtet. Ich legte mich wieder auf die Couch und mein Mann ging an die Tür. Und dann standen da sechs Leute, sagen, kommen Sie bitte mit zur Klärung eines Sachverhaltes. Und ich bin immer noch liegen geblieben. Dann kamen sie ins Wohnzimmer und sagten, und Sie kommen bitte auch mit. Und da dachte ich, oh Gott, wieso, die sind ja eher mehr auf ihn scharf und nicht auf mich. Naja, aber da hatten wir uns schon unseren Schlachtgang eben genau zurechtgelegt, dass ich sage, ich wollte mit dem Kind abhauen. Und wie gingen denn diese ersten Verhöre vonstatten? Hat man Ihnen sofort ins Gesicht gesagt, was passiert ist? Ja, ich konnte ja nicht viel abstreiten, ich habe es ja selber verfolgt. Wir haben gesagt, wir wollten fliehen. Also ich mit dem Sohn. Aber ich habe das gleich, als der über die Grenze war, habe ich das bereut und wollte nicht mehr. Und wir wollten nun, ach nein, wollten das alles rückgängig machen. Aber ich wusste nur nicht, wie. Das war natürlich gelogen, ganz klar. Also Sie hatten gesagt, ich bereue alles. Das war gelogen. Und hat Ihnen die Stasi das hier glaubt? Die Stasi hat das erst mal so zur Kenntnis genommen, hat ein Protokoll geführt. Der junge Mann, der mich da in der ersten Nacht verhört hat, der hat alles Mögliche aufgenommen, hat mir das dann vorgelegt. Und da habe ich dann schon das erste Mal protestieren müssen. Ich sage, das habe ich so nicht gesagt, wie Sie das jetzt hier hingeschrieben haben. Und da hat er mich beruhigt und hat gesagt, ja, Sie wollen doch zu Ihrem Kind. Dann habe ich gesagt, ja, na dann unterzeichnen Sie. Das wird später alles noch exakt festgestellt in einem weiteren Gespräch. Und ich war so naiv zu glauben, ja, ich darf da jetzt mit meiner Familie nach Hause gehen. Und ich habe unterschrieben, frühmorgens, weiß ich nicht, um sieben, um neun, keine Ahnung. Und wurde nur dann, als ich mal raus musste zur Toilette, merkte ich, dann gingen plötzlich zwei Leute immer mit mir mit, zwei Männer. Und da dachte ich, ja, bin ich jetzt verhaftet? Darf ich jetzt gar nicht nach Hause? Und da wurde ich dann immer angespannter und nervöser und stand dann schon so halb unter Schock. Und als ich zurückkam ins Zimmer und er die Unterschrift hatte, hieß es auf einmal, ging die Tür auf und da standen drei Gestalten, eine Frau dabei und schrien mich an mit, du, komm mit, los, los, bissl Dalli. Und da wusste ich, jetzt ist Schluss, von wegen nach Hause gehen mit meinem Kind. Und da war ich sehr wütend auf diesen jungen Vernehmer, weil ich diese Unterschrift dann so nicht so schnell gegeben hätte. Aber das war meine Naivität. So, und dann musste ich mit in diesen komischen Barkas mit so einem Bus, wo innen lauter einzelne Zellen sind, wo ein Dicker gar nicht reinpasst. Und dann fuhren die an, immer ganz schnell und bremsten ganz scharf, sodass man mit dem Kopf gegen die Metallwände knallte. Und dann dachte ich, oh Gott, die wollen dich jetzt hier schon töten. Das ist klar, man kriegt da in diesem engen Räumchen, so 30 mal 30 Zentimeter, und nur am rechten Seitenschlitz, da war so ein Spion, wo sie durchguckten, was man nun macht, da kriegt man schon gehörige Portionen Angst. Und dann sind sie, habe ich versucht, an den Geräuschen in der Stadt zu hören, wo ich mich befinde, weil ich wusste ja gar nicht, wo sie mich hinfahren. Und ich konnte es nicht feststellen, das ist klar, wenn man so eingesperrt ist in so einem engen Raum. Ja, und dann kamen wir an, wie ich später dann erfuhr, in der Wollangstraße in Pankow. Da waren die Zellen, war alles grün. Dann wurde ich im Haftrichter vorgeführt, sollte unterschreiben. Habe ich nicht unterschrieben, habe mich geweigert, dass ich mit meiner Verhaftung einverstanden bin. Dann hat er mir klargemacht, sie müssen so und so hierbleiben, ob sie jetzt unterschreiben oder nicht. Natürlich, sie kommen so und so nicht frei, sie verzögern nur die Ermittlungen. Und dann habe ich doch unterschrieben, wurde wieder in diese giftgrüne Zelle gebracht. Und nach ein paar Stunden hat man mich dort abgeholt und nach Hohenschönhausen gebracht, in eine andere Zelle. Das habe ich auch nicht erfahren. Man hat immer die Häftlinge im Unplan gelassen, damit man Angst hatte. Und dann in Hohenschönhausen, da wohnte ich schräg rüber von dem Gefängnis. Und da habe ich mich auf Geräusche konzentriert. Dort bekam ich erst mal Häftlingskleidung. Da habe ich meinen nächsten Schock bekommen, weil ich solche Klamotten überhaupt noch nicht gesehen hatte. So ein gestreiftes Schlachterhemd, viel zu groß, damit man schön schlampig aussah. Ein Trainingsanzug, so einen dunkelblauen, zwei Schuhsohlen, das waren gar keine richtigen Schuhe. Schuhsohlen mit einem Riemchen drüber und ausgeleierte Strümpfe. Und die Unterwäsche war ja nun das Allerschlimmste, damit man sich ganz, ganz gedemütigt fühlte. Und das Einzige, was ich retten konnte von meinen Privatsachen, war ein Taschentuch. Das hatte die nicht bemerkt, dass ich das an mich genommen habe. Und dort wurde ich dann in eine Einzelzelle gesperrt und brach da erst mal zusammen. Tagelang habe ich Weinkrämpfe gehabt. Tagelang habe ich Weinkrämpfe gehabt.